Mit der folgenden Anleitung wird deine Analyse von N26 Bankdaten in Microsoft Excel umso viel einfacher. Warum wird es einfacher? Weil wir ein KI-Modell JetGPT anwenden. Wie sieht das Ergebnis nun aus? Dazu sehen wir uns die einzelnen Schritte näher an. Als ersten Schritt werden wir uns in die N26 Mobile App einloggen und habe das bereits hier durchgeführt. Darin habe ich nun die Möglichkeit, den Transaktionsverlauf nach einem bestimmten Zeitraum auszuwählen. Deshalb gehe ich hier im Bereich Downloads und kann dort ein Startdatum und Enddatum definieren und das entsprechende Ergebnis als CSV-Datei herunterladen. Ich habe das bereits durchgeführt und habe nun die entsprechenden Dateien hier gesichert und möchte nun im zweiten Schritt diese Datei näher ansehen, um auch zu verstehen, wie sieht denn die Struktur darin aus. Für all jene, die mit dem Format CSV nicht vertraut sind, vereinfacht ausgedrückt werden hier alle Daten in einer Spalte dargestellt. In der ersten Zeile sehen wir die Überschriften und ab Zeile 2 die entsprechenden Datensätze und alle diese Werte sind mit einem Komma hier getrennt. Das kann aber unterschiedlich sein, deshalb immer wichtig an dieser Stelle einen Blick in die Datei zu machen, durch welches Trennzeichen die einzelnen Werte getrennt sind. Da ich nun mit dieser Struktur nicht arbeiten kann, werde ich nun einen Übergang zu einer Excel-Datei durchführen. Das bedeutet, wir säubern unsere Strukturen, unsere Daten in ein besseres Format. Aus diesem Grund kopiere ich nun entsprechend die Datensätze und füge diese in einer einfachen Textdatei ein. Und von dort kopiere ich diese nun in meine neue Excel-Datei. Ich füge diese ein und nun an dieser Stelle ganz wichtig, hier unten gibt es einen Menüpunkt und dieser Menüpunkt ist der Textkonvertierungsassistent und dieser hilft uns bei der Überführung von der CSV-Datei-Struktur in ein Excel-Format. Ich wähle im ersten Auswahlpunkt auf Weiter und kann nun entsprechend das Trennzeichen angeben. In unserem Fall möchte ich das Komma angeben und setze hier einen Haken und habe hier bereits in der Datenvorschau entsprechend die Zuordnungen zu den einzelnen Überschriften. Das sieht soweit sehr gut aus. Ich klicke auf Weiter, könnte hier noch entsprechend das Datenformat angeben. In meinem Fall kann ich das später auch noch und klicke auf Fertigstellen. Spitze, jetzt habe ich nun die einzelnen Daten entsprechend in den Spalten vorhanden und könnte nun meine Auswertungen starten. Nun kommt das KI-Modell ins Spiel und zwar, wie ihr seht, habe ich hier die einzelnen Empfänger. Das bedeutet, hier habe ich Transaktionen und den entsprechenden Empfängertyp. Dieser kann sehr unterschiedlich sein. Mit einem KI-Modell habe ich aber die Möglichkeit, das entsprechend zu einer Ausgabenkategorie zuzuordnen. Wie sieht das aus oder wie kann ich das durchführen? Indem ich nun die Spalte entsprechend kopiere und wechsle in das JetGPT-Tool und führe dort folgende Anweisung durch. Und zwar möchte ich das folgende Liste in eine Ausgabenkategorie zuzuordnen und in einer separaten Spalte darstellen. Das Ganze als Textdatei für das Kopieren bereitstellen. Sehen wir uns an, was JetGPT macht. Ja, soweit so gut. Wir sehen bereits hier zum Beispiel, dass die einzelnen Empfänger Lebensmittel zugeordnet wurden und hier zum Beispiel der OB-Markt als Haushalt. Das gefällt mir sehr gut. Ich möchte aber, damit ich damit arbeiten kann, das noch etwas anders gestalten. Und zwar möchte ich die Ausgabenkategorie als zweite Spalte in eine Textdatei bereitstellen. Um es kopieren zu können. Ja, das gefällt mir noch viel besser. Und klicke hier auf Copy Code, wechsle nun in meine Excel-Datei zurück und füge entsprechend nun diese einzelnen Datensätze ein. Hier muss ich noch sicherstellen, ob oder durch was diese getrennt sind. Deshalb füge ich diese noch kurz hier ein und versuche hier zu erkennen, ob denn ein Leerzeichen hier notwendig ist. Ich glaube, in diesem Fall müssen wir das nochmal erneut durchführen und hier entsprechend ein etwas größeres Leerzeichen angeben. Und zwar kann ich hier entsprechend mehrere angeben. Wenn es klappt, falls nicht, in diesem Fall erfolgreich, dann möchte ich, dass die Spalten durch ein Komma getrennt sind. Genau. Damit tun wir uns nochmals einfacher und GPT ist auch nicht auf uns sauer. Somit können wir einen zweiten Versuch starten und entsprechend diese nun einfügen. Wir haben nun in der ersten Spalte den Empfänger und hier die Ausgabenkategorie. Jetzt können wir versuchen, Kontonomen Transaktionstyp Verwendungszweck zu löschen und die Ausgabenkategorie entsprechend zuzuordnen. Das bedeutet, wir starten mit einem S-Verweis und dann im Anschluss die Matrix, diese hier und geben nun den Spaltenindex an, in unserem Fall die zweite Spalte und möchte eine exakte Weinstimmung haben und erhalte somit alle Ausgabenkategorien. Zu guter Letzt möchte ich nun einen Pivot-Chart durchführen und zwar unter Einfügen möchte ich einen Pivot-Chart. Hier wählen wir das Gesamte aus, wählen ein neues Arbeitsblatt und können nun entsprechend die Ausgabenkategorie und die Beträge angeben. Wie wir erkennen, tut sich nun Microsoft Excel schwer beziehungsweise ist es unmöglich hier eine Summe zu bilden. Das liegt daran, dass die einzelnen Beträge in meinem Fall noch von einem Punkt auf ein Komma ersetzt werden müssen. Nachdem ich das durchgeführt habe, sollte ich nun durch Aktualisierung die Werte besser dargestellt haben. Als nächstes kann ich dann noch den Diagrammtyp auf ein typisches Kreisdiagramm ändern und wie wir sehen, haben wir entsprechend nun die Ausgabenkategorien auch zugeordnet. Wie ihr seht, die Kombination aus JGPD und den N26 Bankdaten lassen sich eine Menge machen und falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach ein Kommentar oder auch bei Ideen einfach als Kommentar hinzufügen und freue mich auch schon sehr darauf, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg!